ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde league of legends ich bin der ram und in dem heutigen ranked game spiele ich wieder einmal master yee im jungle mit dabei ist heute der julian ja und jetzt noch mal kurz zu den counten von master yee gegen den yee musst du echt sowas wie blitzcrank show guard mail weit das sind miese champs deswegen jetzt auch für den ich will ja wohl mal hoffen dass du den nicht ins rollen kommen lässt immer schön worden oben musst du aufpassen ließen early gangs weißt ja das ist es pok den immer schön und dann schön last hitten und dann geht das den rest macht der rami schon gut dass ich muss mich ja nicht hier wie so beim renek dann habe ich alle zwei sekunden in gage gefühlt richtig normalerweise kann dir da nicht viel passieren in jacks da kann er eigentlich nichts gegen dich machen also jedenfalls darf er dich nicht töten sonst hast du was falsch gemacht vielleicht ist auch so schlau ich lass ihn mal anfang mal in ruhe so dass meine wave irgendwie dasteht dann rocken halt genau immer schon poken weil er geht dann low am anfang hat er noch nicht viel lifestyle das heißt er wird zurück gehen müssen wenn es vernünftig spielst hatte ich auch schon mal was waren das so eine ganz miese looks auch die hat mich auch überhaupt nicht fahren lassen ich glaube da habe ich auch fiss gespielt oder sowas das war auch so schwer am anfang der lacher von diesem skin ist sogar welcher ist das der legendäre von dem platten ich weiß nicht ich habe auf deutsch ich glaube den habe ich auch ich glaube den habe ich auch die sich dann jetzt schon gleich erstmal pinks ignorieren nur ja habe ich dir gesagt level 2 gang das gibt es fast immer noch viel zu lernen du hast mein junger padawan ich muss hier natürlich auch aufpassen das spiel schön egal aber vielleicht brauche ich sowieso nicht gegen die muss mit der lee wiederkommen warte mal jetzt muss ich wirklich konzentrieren hier nicht dass der lee gleich angeschissen kommt das hatte ich nämlich auch schon ein paar mal und dann wird es gefährlich ne ist weg alles gut alles toll so ich komme gleich mal topi laney gar kein schaden ja da gesehen geh ich erstmal krabbel machen ich komme aber gleich wieder ich bin nur unterwegs hijacks komm ich noch dran ne achso er hat den ganz war minions sein wort wort jump hat er gemacht ich mach schon relativ guten schaden ich kann jetzt leider nicht mehr freesung der auto text drauf macht mit lane ist gestorben wenigstens mehr erfahrern als er top lane ist ordentlich reingepusht hier rein warte mal ne hat er gewordert so Mist so Mist hat er gewordert der Gangster ich dachte du wolltest nicht pushen ne ich dachte du wolltest nicht pushen nein machst du ja gut nein kriegst du ja gut wenn die inso so kommt er ja nicht zum farmen schön weiter poken mit der Q runterhauen nur mit auto jetzt farmen nach Möglichkeit dann geht das ach meine Nase nervt so sehr das ist schlimm Pollenallergie hm musst du mir nicht sagen hast du auch hab ich auch sag ja mal wieder diese bösen Polen auch ein Poler okay na dann passt es doch oh der Damage 200er Karte so ich muss mein Level 6 holen Ali war unten bei mir schon im Jungle drinnen ja wenn ich das richtig spiele dann könnte ich sogar 2 gegen 1 gewinnen ja aber nicht übermütig werden ne jetzt auf Base es hat kein TP mehr ja 50 Gold gut jawohl BotWain hat nen Kill schön Wayne oh nice das ist immer gut mal gucken Lee ist Mitte ah Mist krieg den Kill oh ärgerlich ja ich seh ihn aber die gehen eh weg hm 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 ne der kämmt nicht Mitte der gankt nur Mitte das ist halt immer so ein bisschen doof als Master Yi nice nice total tot ja ne nice dass du nen Flash rausgeholt hast boah ich ein Lex ich zeige dir den Weg ich bin fast wieder full life so dieser Champ das ist echt die letzte hm 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 ja wenn man kann früher konnte ich ihn auch aber diese neuen wieder 700 leben so ich hab jetzt auch Level 6 jetzt gehts spiel los schaden vor allem der muss sich pumpen ja botlane komm Sona ich kann einen Sona Kill sehen jo warten nein ja ich hab's gesehen echt schade ey ich werde jetzt sicherlich nicht da aber ich sehe schon ein bisschen aus hm ne das war doch super schade gewesen ja wird auch kein TP noch so ich geh jetzt noch einmal base und dann wird angefangen zu ganken oh botlane tower schon gefallen lol die sind ja auch übel behind er hat vorhin den ersten Kill geholt also auf der botlane die sind beide 1-1 ok ist nicht gut ja so behind sind die nicht ja eben hat ich glaube Varos gerade ein Double Kill geholt ja es war eben gerade okay vorher war unser Team vorne ja deswegen hat mich das so gewundert vor allem weil die Morgana auch schon tot war er hat dann 1 gegen 2 noch ein Double geholt das ist natürlich ärgerlich ich hab eben ich hab eben den Jackstock auf der Toplane gefaltet als ich seinen Flash rausgebaitet hab da hatte ich 10 Leben als ich in meinen Pool gegangen bin mhm du musst jetzt aufpassen botlane ist halt durch ja er hat bestimmt Toplane kommen kann sein dass wir tauschen mit lane ist auch miss weiß es nicht ja im Moment ist schwierig jetzt kann ich auch nirgends ganken Mitte ist immer noch oh lol boah boah bei mir im Jungle musst du alles nutzen aber du hast überlebt ah oder auch nicht ups äh alles Usen dann sterben ja war richtig schlecht Lee ist noch dran gekommen damm tags jetzt bin ich aber ein bisschen sauer der ist da oben im Jungle drin ich kann versuchen dir zu helfen das willst du nicht überlegen toll sie überlebt Lee hinter dir oder neben dir nein ich bin so slow jetzt bin ich sauer guck es dir an ah ich hab kill dankeschön jo und der hat sich hinrichten lassen alles gut hehehe thank you bro komm her Digga lass mich in Ruhe ich hab nen double kill hehehe lol wie hast denn das jetzt noch gemacht der Typ ist einfach in mich reingelaufen und hat gedacht er kennt mich hehehe da hab ich meinen dritten Stack noch hab hab mich einfach so rund 200 Leben geheilt der Typ ist da hm ich weiß nicht ich hab hier nur gecleared du sollst mal botlane ganken die werden übelst eingepusht jo mach ich gleich ich hab ein protoball oh das ist grad weißt du was passieren konnte musst du das game carry'n äh mach n Drake mach n Drake hm ich weiß du kannst ja auch nix gegen tun ne ich bin top lane so schnell komm ich da gar nicht hin also selbst wenn ich wollte ja nix machen ist dann sie sollte gehen ne machen dann aber vielleicht noch gar nicht doch die haben schon autotagged hab ich gesehen ja verdammt höllendrache hoffentlich kommt sie noch weg und ich hab sogar red buff alter haha so jetzt mal nochmal schauen oh mädel warum machst du denn da schon go ist auf jeden fall übel viel gold oh man olle bratze ja toll dumm ah ja die sona das war richtig dumm warum konnten die nicht mit jetzt höre ich meine ult wieder raus warum fightet die denn Jax hat keine ulti mehr wow ja 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 jetzt wie auch noch da jetzt habe ich das zeiten zeitliche gesegnet ja uhr hier 3 neue übrigens gell ja ja aber da sterben wir noch alle ich wollt na fame weiter drauf wauen maaaann was spielen die für мест chol in der botlane Das ist ja furchtbar Aber volle Granate Guck dir das an ey Das war klar Ich zeige dir den Weg Ne im Late Game mache ich das schon Aber die Botline darf halt nicht mehr Ja genau die dürfen halt nicht weiter Feeden da mit dieser scheiß Aktion Kann jetzt auch die ganze Zeit reinpushen Weil mich kann niemand töten eigentlich Außer ich mache einen ziemlich Großen Fehler Der Tau auch gleich So der Einzige der Oh scheiße du bist jetzt wieder gefehlt Okay Ja Vergesst es Fällt halt im Late Game ab aber Wärts mal hinkommen Richtig Darfst du nicht fahren Jax Böse Nein Lead top Hier geht wieder Bleib da Kann sich auch nicht entscheiden Wach? Mach ich jetzt noch kurz die Grabe Denk ich und kommt wieder Ne Achtung Jetzt Zerschenken Jawohl Double Kill Master Yi So Jetzt sind wir im Spiel Oh scheiße Ist natürlich geworden Ja War klar Oh Mann Oh Aber auch kein Glück hier War bien So knapp schon wieder überlebt ey Und den Tau Wir hatten kein Glück Wieder einmal Er ist zum ersten Mal gerade gegen mich gestorben Mitte 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 Da war gerade jemand bei mir Ich weiß doch nicht wer Aber es war jemand da Ja Lee ist da Eko ist da Keine Ahnung Ich glaube das war war es ja doch Ja kann natürlich mittlerweile auch sein Gehe ich ein bisschen weiter junglen Ich habe meine ersten beiden Kills Dann muss ich jetzt top lane tp'n und top lane def'n mal Mhm Jacks ist jetzt bot Das heißt Du wirst wahrscheinlich Morgana und Varus top kriegen Ja die sind schon da Aber kann ich halten Ich mache übelst in Schaden jetzt Mhm Und er macht 200 Schaden an mir Nicht War ich mir gerade nicht sicher Und er trifft Jo Eko kommt Und die glaube ich auch noch Ne nur Eko Ich brauche ein bisschen Hilfe weil der Varus Ja ich komme gleich mal vorbei aber So Er hat übrigens auch schon gut Hm ich drehe jetzt ab Ich komme aber ich habe kein Ult Wir haben auch kein Heal mehr Varus hat kein Heal mehr Ja Ich habe auch kein Ult mehr leider Mhm Bin gleich da Ich habe ja alles gejust Ich kann nicht mehr def'n Ähm ja Ich renne so schnell ich kann Oh Ja der Lee ist natürlich fett Letzte Kraft Ja ja ich habe es gesehen Noch mal Protobelt eingesessen Äh eingesetzt Die ist noch nicht geworden Aber ich habe noch 27 Sekunden wieder bis Ult Ja ich muss runter Das ist der nächste Höllendrache Weiß ey der ist wieder da Tja Höllendrache oder Versuchen Verplanung zu holen Zehn Sekunden habe ich wieder Ult Na ich komme vorbei Aber muss Musst warten Ich habe noch 3 Sekunden Jetzt Jawohl Nice Hat die Q raus Na komm 50 Leben Ich habe nicht so viel gehealt in diesen paar Minuten Ey Ich gehe mal voll durchpushen Ich hoffe da unten die kriegen das irgendwie hin Da hinkommen tue ich sowieso jetzt nicht mehr Nein Aber sie es nicht hinkriegt Schade Aber vielleicht kriegen sie Kills Bitt Oh nein Ja unsere Botlane Ha? Ha? Nein Ach man Einmal mit Profis zusammenarbeiten ne Ach man Deli Die kommen wir erst so schnell Kann ich jetzt aber auch nichts machen Ab halt kein 0 Ich kann nicht mehr schaden Weil da ist ein Echo Er ist eigentlich so Jetzt mach ich nur noch mehr Schaden Aber dann ja konnte aber nichts machen dann wurde auch gut gekämpft ich hoffe ich komme noch hin aber ich glaube nicht es ist der ist so gefiltert dieser typ in der chance hat gleich flash ja komm oh scheiße die auch ja vor allem waren es drei der hier hat mich von der morgana gut weggekickt 300 nur egal der hat dann die gekriegt 1.300 schaden nur von seinen autotechs warum ich kann noch nicht one shot weil er sich die ganze Zeit an mir hochhielt aber es sieht aber gar nicht so schlecht aus müssen wir aufpassen dass der jacks immer noch nicht fett wird dafür ist der varus fett halt ja aber den kriege ich nachher ja ich kann man keinen anderen dran und dann lieber das fokussend wo man rankommt was macht die denn da ja weiß ich auch nicht ich glaube langsam es liegt eher an der ja ich muss erstmal raus und das war dumm ich hab gedacht es wäre sein ich bin gleich wieder bei dir mit ruhig ich muss mich nur erstmal ein bisschen hochheilen so ich komme ok ja dann kriegste versuche ich den lead zu holen komm 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 ja komm her ja komm her naja kriegste nicht Ah hoah scheiße jacks ja doch ich hätte noch gekriegt aber jacks war da Zweifel ist der größte Gegner. Hm, ein Red Buff. Jetzt geh ich, hab jetzt geh ich meinen 3-Item-Pause-Blick. Hast du einen Watchdown? Nee. Aber ihren kann ich plätten. So. Oh, scheiße. Oh, Miss-Click. Jetzt stirbt unsere Bot-Line wieder. Weiß nicht, wie wir das mit dieser Bot-Line gewinnen wollen. Ehrlich. Ja, das ist typische Vane halt, ne? Ich hab Hoffnung gehabt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hier, guck mal, sie rennt da weg und Talia farmt einfach in der Mitte weiter. Hilft ihr nicht? Guck mal. Da ist ein Schiesel. Rennt einfach in eine andere Richtung. Wie geil ist das denn? Das war ja mal übelst schlecht. Also so richtig übelst schlecht. Jetzt musst du aufpassen. Hier kommen jetzt alle zu dir. Lass dich nicht von Stolz. Wow. Nice. Wow. Komm, Sona. Hol ihn dir. Alter, Sona. Mach den alle. Jawohl. Ich hab Angst gehabt gerade. Ich auch. Ich hab gerade Angst gehabt noch. Dachte auch, wenn die den jetzt nicht noch holt. Ey. Ich hab schon alles gegeben. Guck, der ist an alle drei Sekunden. Ehe, das ist echt nice. Alle drei Sekunden ne Kuh. So schön an. Weil die ist echt krank im Late Game. Mhm. Wer will. Wie gesagt, solange der Jax nicht gefeedert wird, mach ich mir da überhaupt keine Sorgen. Ah, da ist ein... Was? Ne tote Wain. Ich war so schnell tot. Ich hab nicht mal gesehen, dass die gestorben ist. Komm, als nächstes von Drachen. Wir kriegen wieder nur ein scheiß Wasser dran. Aber was auch immer. Der ist tot. Oh, nicht mal. Können wir gar nichts machen. Alle tot. So, nochmal gucken. Das sieht ja noch ein Panther aus. Also, entweder für mich nicht oder nicht nicht. Nein, meine weh. Nein, ich kann es nicht machen. Nur ein Triple. Nein, geh weg. Nein. Ich habe doch Vernunft. Juhu. Danke, lieber Herrgott, ey. Geht nein! Und... Na... Mann. Das tut weh. Das tut wirklich sehr weh. Mhm. Lanes pushen. Durchmacht der Varus-Damage. Ja, genau. L5. Mal Richtung Drake bewegen, oder? Ja, Morgana ist auch schon da. Ich zeige dir den Film. Sona followed nicht. Ich muss mir Varus kommen. Easy. Er ist tot. Oh, nice, ey. Das Game dreht sich gerade ein bisschen. Oh, wir haben so viel WFD. Oh, jeez. Mhm. Ich hab ihn ja vorgewarnt, dass er im Late-Game Aufwärm mitzukriegt. Er wollte es mir ja nicht glauben. Armer Typ. Stand 11-2. Jetzt steht er 12-5. Oh, ich hab ja gesagt, einen Blue-Buff gegen einen gewonnenes Game tausche ich gerne. Hehehe. Ah, Echo. Ja, ich bin tot. Das höre ich nicht gerne. Das überlebt, das ist echt kacke. Haha. Na gut. Okay, schau. Ja, du hättest da bleiben müssen, glaub ich. Das ist das, der das ist für den Shit. Ah, die Q nicht mehr rausgekriegt. Verdammt lagst du. Ich glaub wir müssten einfach im Team bleiben, wenn du immer gehst und pushst. Mhm. Ja. Er surrendern will. Pierre ist garantiert unser Mittlerainer. Wetten? Ne. Le Dude. Pierre ist die Sohne. Okay. Die ist auch kacke. Franzosen. Le Dude und Pierre. Hehehe. Mehr sag ich dazu nicht. Mehr sag ich nicht. Ja. Er hat mal 248 Ability Power, dafür 3.000 Leben. Geh. Ich hab jetzt noch einen Arbata und will ich holen. Geht's abgehauen. Ja, ich hol mir jetzt erstmal den flinken Krummsäbel und danach hol ich mir noch Schlund von Malmortis und dann kriegen die mich nicht mehr. Ah, da bin ich sicher. Varus? Schon so komisch. Hm, den muss ich versuchen als ersten wegzuholen. Ja, vorsichtig, kommen alle zu dir. Da ist schon Lee. Nix, hab ich schon gemerkt. Erst Jack Smith. Der pusht so schnell. Mhm. Aber zwei Items war jetzt nicht mehr einfach als er, aber war trotzdem so schnell. Das ist ein Wort von Barron. Ich hab' nur mal lange. Ich hab' die machen grad bellen. Ja, ja, deswegen so ist ja. Ja, ja, ja. Das ist riesig. Oh, hier haben sie grad gewordert. Genau. Hm. Ich wollte hier runter zu den... Oh! Lee hinter uns. Morgana auch. Sex ist hier auch. Mhm. Vorsichtig. Wir sind leicht in der Überzahl. Na gut, bei uns fehlt eigentlich nur die Botlane, die machen eh nichts. Wir stehen zusammen 5, 20. Unsere Botlane. Äh, wir müssen Mitte groupen. Hälfte aller Tode. Mhm. Oh, schon wieder tot. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. 1, 12, 3, 11, 2, 10. Steckst du mit deinem Pech hier an, ey. Oh Gott. Oh, mein Kumpel. Wie geht's? Das war's. Hm? Wenn der... Wie kann ich das nicht? Komm ich noch dran? Komm ich noch dran? Komm ich noch dran? Komm. Jawohl. Komm ich. Nein. Ah! Komm, komm, komm. Ah! Ich rede. War worth, war worth. Na ich sterbe auch nicht. Oh, ich sterbe auch nicht. Ja. Einfach so egal. Ja. Wir haben's gewonnen. GG. Alter. Wir sind einfach die fucking Mains. Also so Gabe hat sich glaub ich doch nie, dass du sowas gewinnest. Das ist irgendwie echt schon der... Ich mein, zwei Carries und der ist einfach komplett geflutet. Was war das denn? Unser Torfkopf. Nicht schon. Ha. Ja, mich nicht. Ich bin fertig hier. Ah, das ist schön. Na da freut sich ja einer. Ah, das ist schön. Ja und wenn ihr euch genauso über den Sieg freut wie der Julian, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne bis bald, euer Ram.